Moin moin Leute Hier ist mein neuesten Unboxing von der Blu-Ray und hier findet mir Assassin's Creed Hab ich noch nicht gesehen Aber werde ich mal reinziehen Wo ich wieder raus habe, habe ich bestimmt gesehen Ich packe jetzt mal aus Hier ist noch Werbung Er war mir Schuante Blu-Ray So sieht das hier aus So sieht das hier aus Ich hab ein Wendekapper Jaa, kein Koffer und kein Verleih, Assassin's Creed, 899 gesagt, kann ich mich mal mit. Die beste Video-Game-Verfilmung DS, DS-Jägerbild, naja, wollen wir mal abwarten. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob einer von euch, die ich schon mal gesehen hat, in diesem Film. Den Koffer ist mir nicht ganz so wichtig. Ist nett, aber... Irgendwas anderes. Das zieh ich mir auch gleich rein. Ich bin ein großer Assassin's Creed Fan. Ich hab alle Teile. Den ersten hab ich sogar im Blogs gekriegt, der war bei Assassin's Creed Revolution. Ich glaube ich dabei. In dieser Spezialedition. Der erste Teil ist der schlechteste Teil, den es gibt, vom Spiel. Aber... Ich hab einen Film. Assassin's Creed. Irgendein Untertypel. Den Schauspieler hier dran kenne ich jetzt nicht. Also kann ich nicht sagen, wer es ist. Valade 1080p. Den werde ich mir über meinen Rechner reinziehen. Oder über meine PS4. Oder über meine PS3. Oder über meine Xbox One. Und ich hoffe der Film ist gut. Soll nicht ganz so gut sein, hab ich gehört. Aber ich werde mir reinziehen. Ich bin im Ton in Englisch. Deutsch, Französisch, Italienisch. Lange läuft er, 150 Minuten. Circa. Und ich werde ihn mir demnächst reinziehen. Assassin's Creed. Der Film. Ich hoffe der Film ist gut. Könnt ihr mal reinschreiben, ob die ihr schon gesehen habt. Und dann heißt es nur noch bei diesem Unboxing. Und wenn ich diesen schönen Film. Ich werde gucken, ob der gut ist. Ich hab ihn noch nicht gesehen. Wenn ihr ihn gesehen habt, schreibt es in die Kommentare. Und auf Wiedersehen! Amen.